ENERGY! 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 Hi Leute! Wo seid ihr denn? Ah, da oben. Was geht? Heute startet mein ... Was startet? Gym-Blog. Aber nicht irgendeiner. Wir trainieren. Arme! Was heißt das? Heute ist dein Geburtstag, mein Sohn. Heute ist dein Geburtstag. Was heißt das? Arme werden explodieren. Nicht wie sonst, wenn du trainierst oder sonst was guckst. Heute geht's richtig los. Keine Arme, sondern Beine. Was heißt das? Sag mir. Kannst du sprechen? Red doch. Okay, ich sag's dir. Liken! Teilen! Abonnieren! Erste Übung. Langenhantel-Bizeps-Curls. Keine SZ-Stränge, keine Politik, kein gar nichts. Wir machen Langenhantel-Bizeps-Curls hier. Ja. Fehlt dir da was? Bizeps, erste Übung. Langenhantel-Bizeps-Curls. 25 Kilo pro Seite. Zehn Wiederholungen langsam mit Hilfe. Langenhantel-Bizeps-Curls. Fangen direkt an. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Komm, komm! Huuu! 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 Komm, wir müssen ein Baby jetzt rauspressen. Streng dich an! Hup! Huuu! Geeeeee! Huuu! 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 Huuuh! Geh! Keine Wartepause. Zughilfen müssen angebracht werden. Jetzt, komm! Jaaaa! BUDDY! Lightway! Huuu! Huuu! Let's go! Jetzt, komm! Komm! Jaaaa! Uah! Zwei, komm. Komm jetzt! Komm, komm, komm. Ich kann nicht mehr. Doch, kanns noch. Alter, Alter, komm jetzt, Junge. Komm jetzt, Junge. Was guckst du so? Ja, Junge. Das kam raus. Hör mal zu, kannst mich nicht immer so filmen. Meine Stirn ist größer als Flughafen-Landeplatz, wenn du mich so filmst. Als nächste Übung haben wir Bizeps-Curls am Kabelturm. Süße Übung, sag ich euch ganz ehrlich, meine zweite Bizeps-Übung. Und auch meine letzte. Fuck. Fuck. Oh, fuck. Galt, ganz, ganz. Wunderbar. Was war gerade? Wunderbar. Nächster Satz. Guck mal, ihr braucht ein Brennen im Arm. Wie kein anderer. Ihr kriegt keine Resultate, wenn ihr trainiert wie Muschis. Wie Muschis. Wie Muschis! Tja! Ah! Hey! Ah! Tsch! Dich! Tsch! 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 Oh! Tsch! Ah! Tsch! Ah! Tsch! 1! Es geht besser aber eigentlich. Es geht immer besser. Verstehst du? Das ist wahres Training. Es geht immer besser. Es geht immer weiter, immer schwerer, immer größerer besser. Natural, wir sind natural. Weil wir natural sind, müssen wir bis ans Limit pushen. Ich habe keine Injektion, wo ich sagen kann, es geht mir besser. Heute bin ich breiter. Natürlich ist es auch Arbeit. Aber mach mal die Arbeit ohne und mit Injektion. Mal gucken, wer weiterkommt. Was kommst du mir so nah, Alter? Ich bin doch gerade am Posen. Willst du meine Stirn noch zehnmal treffen, oder was? Rücksicht mal, ja? Fick dich doch. Nichts noch. Nichts noch nicht. Was du sagst? Chill doch, Alter. Leute, was geht? Jetzt machen wir Trizess Pushdowns. Ich freue mich, es geht richtig ab jetzt. Meine Arme werden explodieren. Mit diesem Gewicht, mit dem Bombengewicht werden wir alles rasieren, Leute. Gebt euch das Workout, was als nächstes kommt. Meine dritte Übung, nur zwei Sätze, wie bei jeder Übung. Soll ich hier stehen und zwei Wochen dran machen, oder was? Komm jetzt! Komm jetzt! Weiter! Jetzt fällt alles raus, aber zu schwer für alle. Zu schwer, zu schwer. Einmal runter. Konfuzius sagte, ich benutze meine Zitate nicht. Ich habe nie was gesagt. Let's go! Weiter! Komm! Willst du hier liegen bleiben? Willst du dünn nach Hause laufen? Nein! Wir wollen nicht dünn nach Hause gehen! Jetzt auch wieder Trizeps Pushdowns. Das heißt, alles Pushdowns. Aber dieses Mal so geile Übung. Let's go! Let's go! Jetzt bin ich zu schwach einfach. Ich muss nur auspowern. Ich muss nur auspowern. Ich habe die Übung eben schon gemacht. Auspowern. Ende! Ende! Let's go! Let's go! Let's go! Weiter! 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 Weiter, weiter, weiter. Ah! Fuck, schau mal. So trainiert man richtig. Viele hätten jetzt schon aufgehört. Energy! Outro! Lass mich doch in Ruhe, was willst du? Outro! Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bitte nicht vergessen. Ist gut so? Ist okay? Ja.